Hallo, ich bin der Robert und das ist der Manni und wir würden uns freuen euch bei unserem Gitarrenbotshop begrüßen zu dürfen, wo es unter anderem geht, wie können zwei verschiedenartige gelagerte Gitarristen auf demselben Lied so geil spielen, wie wir das tun. Ganz wohl, wir werden euch mal demonstrieren. Gitarrenbotshop 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 Wir würden uns freuen, euch zu sehen. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns.